Sie amüsierten sich königlich bei Kurt Hoffmanns Wirtshaus im Spessart. Sie jubelten über das Spukschloss im Spessart. Und jetzt der Höhepunkt aller Spessart-Filme. Herrliche Zeiten im Spessart. Mit Lieselotte Pulver, Harald Leibniz und Hubert von Meiering. Sie, sagen Sie mal, müssen Sie sich mit Ihrem Klimperkasten hier mitten in den Weg stellen? Sie sabotieren eine Feldmarschmädchen-Naturübung. Verschwinden Sie. Kinderrasser, Bunderasser, Menschen sind so dumm, immer schießt man gleich. Die Spessart-Rakete ist soeben wieder gestartet. Mit Lieselotte Pulver und ihren Gespenstern an Bord. Doch mit der Landung wird es schwierig. Denn die Gespensteruhr geht nach. Gleich um ein paar Jahrtausende. Wo bin ich? Der Herzen sagt, gut, 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 tut uns so gut, gut, gut. Ist es hier Deutschland? Kennt er nicht. Junge, lass das nicht in Bonn hören. Ich brauche dich als Braut. In mir brüllt die Brunst. Wo kommen Sie her? Aus der Vorzeige. Sag mal, du musst unbedingt sofort runterkommen. Der Minister hat schon zweimal nach die gefragt. Der Minister ist eine Art der Parteifreund von mir. Ausfallen lassen. Wieso, der ist doch gar nicht in meiner Partei. Du Lümmel, fähre dich doch raus. Lass dich hier nicht wiedersehen. Los. Was sind das für Taucher, ne? Was haben die hier zu tauchen? Kind, Kind, du bist überreizt. Aber das ist so natürlich. Vielleicht sollte ich als deine Mutter dir doch ein paar Ratschläge geben für dein erstes körperliches Zusammensein. Nicht doch vor den Herren, Mami. Wenn Sie Herren denken. Auf ihr Wohl, Kommtesschen. Sie wissen doch, ein Glas Alkohol und unsere Gespenster werden unsichtbar. Und wieder mit dabei, Katrin, die Kesse-Räuber-Braut. Nach dir, mein Liefer. Nach! Hei! 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 Auch im Mittelalter gab es herrliche Zeiten im Spessart. Ein völlig neues Fußgefühl. Komm her, sag ich. Ich weiß, ihr habt ein Unkosch genisst auf mich. Ihr wollet mir ein Kind machen. Ihr ist können vorlachen. Ihr seid genauso ein Mannsbild wie alle anderen. Sieht so ein Mann aus, ehrwürdiger Vater. Nimm so ein bisschen. Ich klopf heut Nacht an deine Tür und bring mein Herz zu dir und nimm mir deins dafür. Drum schließ heut Nacht die Tür nicht zu, denn meine Sehnsucht braucht bei dir ein bisschen Ruhe. Ein Geschmeide? Ein Keuschheitsgürte. Bist du von Sängen? Du bist mein Weib und ich dein Gebieter. Lüpf dein Gewand! Ein Volltreffer der guten Laune. Freuen Sie sich jetzt schon auf herrliche Zeiten im Spessart. Kurt Hoffmanns schönsten und größten Film. premien Sie sich jetzt mit dem DIE Krass misinformation in Spessart. Vielen Dank.